herzlich willkommen beim mediale energetik treffen ich freue mich dass du heute dabei bist denn heute werden wir eine ganz kraftvolle übung machen und zwar eine übung die dich deinen zielen näher bringt bzw die dir hilft deine ziele schnell umzusetzen und gleich in die manifestation zu kommen und zu dieser übung lade ich dich jetzt zuerst einmal ein dass du dir mal ein ziel definiert egal ob das jetzt ein gesundheitliches ziel ist ob das ein finanzielles ziel ist ob das ein soziales ziel ist ein partnerschaftliches ziel ist ganz egal stell dir einfach mal vor welche bereiche sind denn wichtig und wenn jetzt mehr sachen einfallen kannst du die übung immer wiederholen also es ist überhaupt kein thema also wenn du möchtest du kannst ja jetzt kurz pausieren innehalten und den ein ziel noch einmal so visualisieren also was ist denn dein ziel und mit diesem bild mit diesem zielbild vor augen oder vor deinem inneren auge schließt jetzt einfach mal deine augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus und mit jedem atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter und du fokussierst dich jetzt mal auf dein ziel stell dir einfach mal so dein ziel vor was möchtest du denn erreichen oder was möchtest du denn umsetzen und dann stelle mal vor wie sich das anfühlt dieses ziel erreicht zu haben also was ist denn das für ein gefühl wenn du dieses ziel erreicht hast und dann spür mal so gut geht dieses gefühl das ziel erreicht zu haben und wenn du sagst ja das ist ein gefühl das gefällt mir an dem möchte ich arbeiten das ist mir wichtig und dieses gefühl hast dieses ja das ist stimmig dann machst du dich jetzt auf eine reise der manifestation und auf dieser reise hilft dir natürlich die geistige welt und unterstützt dich und sie wird jetzt zuerst einmal dir helfen negative gedankenmuster zu löschen alles was dich daran hindert dein ziel jetzt schon erreicht zu haben all diese gedankenmuster werden nun transformiert vielleicht sind es so muster wie das braucht viel zeit oder das schaffe ich jetzt noch nicht egal was es ist alle blockierenden sätze die dich daran hindern dieses ziel jetzt zu manifestieren dürfen nun transformiert und gelöscht werden und du spürst wie ein ein wirbel geschaffen wird rund um dich ein wirbel aus zeit und raum der dir erlaubt diese themen zu transformieren dein ziel dein ziel erreichbarer zu machen und zwar nicht irgendwann sondern jetzt sofort und diese transformierenden energien fließen dich ein und reinigen dein system egal ob das energetisch ist ob das mental ist ob das körperlich was ist was da transformiert wird diese frequenz ist jetzt da deine geistigen helfer und führer arbeiten an der umsetzung deines individuellen ziels und spür jetzt mal diese transformation spür jetzt mal wie diese blockaden diese einschränkungen transformiert werden aus deinem system heraus gelöst werden und erlaube dir jetzt dich zu öffnen dich hinzugeben und absolut frei zu werden das ziel das ich persönlich erreichen möchte haben schon unzählige vor mir erreicht die widrigkeiten die ich heute überwinden möchte haben vor mir schon unzählige überwunden und hinter sich gelassen und all diese energie all diese spezialisten energie all dieses wissen dass das lösbar ist dass das kein unlösbares ziel ist kein fantastisches ziel dass dieses ziel jetzt sofort erreichbar ist all das manifestiert sich jetzt in deinem energiefeld und sämtliche blockaden denkfehler energetische hindernisse werden nun transformiert und du hast dein ziel glasklar vor dir und du spürst dass du auch innerlich schon fahrt aufnimmst dass dieses ziel in die manifestation hineingezogen wird dass es sich in deinem leben manifestiert und du siehst jetzt dort wo blockaden und verspannungen waren in bezug auf dieses ziel siehst du wie ein vakuum entsteht wo wirklich diese neue energie die dein ziel repräsentiert einfließen kann wie es sich wandeln kann wie es in dich einfließt in dein energiefeld in deinen körper in deine gedanken das ist fast wie eine woge der du nicht entkommen kannst es ist gar nicht möglich dieses ziel nicht zu manifestieren fast so als wolltest du an einem strahlenden sonnigen tag wo es keinen schatten gibt der sonne entgehen sie wird dir begegnen und genauso begegnet dir jetzt schon diese ziel energie mehr und mehr und während du jetzt auf das ziel fokussiert bist lösen sich noch weitere blockierungen weitere hindernisse aus deinem energiefeld raus und du spürst dass du mehr und mehr auf die Ebene der Manifestation gehoben wirst das heißt aus deinem Alltagsbewusstsein raus immer höher rauf in die Ebene der Manifestation und alle einschränkenden Programme die deinem Ziel widersprechen werden nun nochmal transformiert und du spürst dass du immer freier und freier wirst und atme mal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus und spüre dass sich Freiraum Freiheit in deinem Energiesystem manifestiert Freiraum und Freiheit manifestiert sich in deinem Energiesystem und nimm diese Freiheit wahr nimm diesen Freiraum wahr Nimm wahr Nimm wahr dass du nun Raum Zeit hast dein Ziel zu manifestieren diesen Freiraum diese Freiheit und in diesem Augenblick spürst du dass es jetzt Zeit ist neue Informationen in dein Energiesystem einfließen zu lassen Informationen die dir helfen dein Ziel jetzt zu manifestieren und du spürst dass aus der geistigen Ebene diese Transformationsenergie jetzt aufhört zu fließen es hat sich jetzt gut gelöst und es kommt jetzt Informationsenergie rein und zwar Informationen die dir helfen dich deinem Ziel nahe zu bringen sodass du es manifestieren kannst und diese Informationen sind wie Schritte auf dieses Ziel zu Schritte die du vielleicht noch nicht gegangen bist weil du diese Information noch nicht gehabt hast wie ein GPS wie eine Landkarte die dich orientiert und du spürst dass diese Orientierungsenergie dir einen Sub nach vorne gibt du wirst richtig nach vorne auf dein Ziel hineingeschoben und du spürst dass sich dieses Ziel jetzt in jeder Faser deines Daseins manifestiert auf jeder Ebene spürst du jetzt dein Ziel ist erreicht und du spürst auch das Gefühl in dir aufkeimen dass du zu Beginn dieser Reise wahrgenommen hast und du spürst dass dieses Gefühl Teil deines Lebens ist Teil deines Daseins Teil deines Informationssystems und erlaube dir jetzt nochmal diese Informationen diese unzähligen Informationen die hier auf Lichtform in dich einfließen dass du die alle umsetzen kannst die kommen genau in der Frequenz dass du all diese Informationen umsetzen kannst und dass dein Ziel so immer klarer manifestiert ist alte Informationen altes Leben ist von dir abgefallen und das neue Leben in einer neuen Blüte in einer neuen Freiheit erwacht in dir es ist wie ein innerer Sonnenaufgang du spürst dass dieses Ziel erreicht ist dass dieses Ziel in dir ist dass alles was jetzt noch nötig ist dass du das abstreifen kannst wie einen alten Kokon und dass du deine Flügel in Freiheit und in dieser neuen Form entfalten kannst und diese Manifestation ist keine Abkürzung ist keine Faulheit sondern sie soll dich daran erinnern dich auf deine wesentlichen Inspirationen zu fokussieren auf dein Seelenlicht und dich nicht in Kleinigkeiten zu verstricken also alles was dir Energie kostet alles wo du dein Bewusstsein bindest tagtäglich stundenlang darf jetzt einfach sich lösen und transformiert werden und du spürst eine tiefe Freiheit Verbundenheit und Liebe eine tiefe Dankbarkeit und du spürst dass du dein Ziel erreicht hast und du spürst dass das alte dieser alte Pfad der alte Weg sich sich jetzt löst und du atmest mal tief ein und wieder aus und du spürst jetzt dass es gut ist du spürst Dankbarkeit und Frieden und du spürst dass du dein Ziel manifestiert hast und erreicht hast und wenn du jetzt Schritt für Schritt in dein Alltagsbewusstsein zurückkehrst machst du dir bewusst dass du in der Form zurückkehrst wo du dein Ziel manifestiert hast atme noch mal tief ein und wieder aus und spür dass die Wandlung die Transformation in vollem Gang ist bedankt dich jetzt bei der geistigen Welt bei deinen helfern und Führern für ihre Unterstützung bedankt dich von ganzen Herzen Atme tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt in diese Zeit in diesen Raum zurück als Siegerin als Sieger du hast dein Ziel erreicht mach dir das nochmal bewusst und du bedankst dich nochmal streckst dich durch bewegst deinen Körper und kommst ganz ins Hier und Jetzt in diese Zeit in diesen Raum zurück öffnest deine Augen und kannst dich an alles erinnern was du während dieser Reise erlebt hast wie ist es dir gegangen wie fühlt sich es an ich bin auf deine Kommentare gespannt schreib sie mir gerne rein lass mir einen Daumen hoch da abonniere den Kanal das Video wenn du jemanden kennst der auch mal manifestieren möchte und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder aus dem wunderschönen Lenz dein Oliver Erini Tschüss bis nächstes Mal ein bis 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 bis